Herzlich willkommen zu diesem Tutorial, in dem ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie Ihre Ordner, also Ihre Kalender aus der iCloud mit Ihrem Standardordner in Outlook synchronisieren können. Wir gehen wie folgt vor. Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Kalender in der iCloud und Eigenschaften finden wir im nun erscheinenden Dialog diesen All Mixed Folders Tab, indem wir den ersten Haken setzen, Änderungen in beide Richtungen. Das bedeutet, jedes Element, das wir im Standardordner eintragen und es diese Kategorie besitzt, Kalender, wird nun mit dem iCloud-Ordner Kalender hier abgeglichen. Hier können wir nun noch ein paar Einstellungen vornehmen, die die Filterungen betreffen. Zum Beispiel können Erinnerungen ausgefiltert werden oder Besprechungsanfragen. Das OMX Folders läuft jetzt los und ich hatte ja gesagt, dass jedes Element, das ich in den Standardordner eintrage, das nicht die Kategorie Kalender besitzt, auch nicht abgeglichen wird. Das bedeutet, wir müssen nun hier im Standardordner jedem neu eingetragenen Element auch noch die Kategorie automatisch zuweisen lassen, falls es gewünscht ist, dass jedes neu eingetragene Element auch wiederum in den iCloud-Ordner synchronisiert wird. Wir sehen nun, dass hier schon Termine übertragen wurden und diese Termine erhalten auch die Kategorie Kalender. Ich werde nun zum Test noch einmal einen Termin im Standardkalender eintragen und hoffen, dass dieser auch wieder in der iCloud angezeigt wird. Das tut er. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie können nun auch Ihr Outlook entsprechend einrichten, um iCloud-Ordner mit dem Standardordner von Outlook zu verbinden.